Jo Leute, ich habe geile YouTube Kanäle mit Kaugendabonnenten. Für meinen Haupt-YouTube-Kanal gab ich feig Haugendabonnenten. Ja, da gab ich feig Haugendabonnenten. Feig Haugend 500 Abonnenten habe ich hier auf meinem Haupt-YouTube-Kanal. Aber ich zeige euch gleich noch meine anderen YouTube-Kanäle. Hier kommt Gaming-Content. Hier lag ich verschiedene Gaming-Videos hoch, Gaming-Live-Beam und vieles mehr mache ich hier. Von daher... Und einfach mal in meinen Kanal-Info gucken und hier habe ich auch alles verlinkt. Und wenn du auch so viele Abonnenten haben bist wie ich, ich mache auf meinem YouTube-Kanal auch immer Videos, wo ich dann euch sage, was könnt ihr an euren YouTube-Kanal verbessern? Und ja, wie egal, geile mir einfach auf Instagram, dann kann ich dir sagen, was du an deinen YouTube-Kanal verbessern kannst. Alles in der Kanal-Info verlinkt, gehe ich drauf auf Instagram, leine ich auf mein Instagram und dann geile ich mir einfach und dann gehe ich dir, was kannst du an deinen YouTube-Kanal verbessern? Da hast du auch so viele Abonnenten bekommen, wie ich. Valka Geest, ich karte Geest gemein. Zweiten YouTube-Kanal. So, das ist mein paranormaler, geistgleichsten YouTube-Kanal. Jeden Sonnkast lag ich gar eine neue paranormale, geistgleichste Schicht hoch. Jeden Sonnkast lag ich gar eine neue, paranormale, geistgleichste Schicht hoch. Und was geht denn hier? Ich habe bei dem YouTube-Kanal auch Kaugen Abonnenten. Kaugen 200 Abonnenten habe ich gar. Ja, und ja, wie gesagt, weil ich gar paranormale, geistgleichste Schicht hochlage und natürlich viele andere Videos auch noch. Ja, ihr seht, bei mir läuft es und natürlich könnt ihr mir auch auf Instagram wieder greifen, liebe Folgen da. Also einfach hier, wie ihr gerade, auf Kanal-Info, dann gehe ich da auf Instagram und dann greifst du mir einfach. Und hier sind auch viele andere Sachen noch verlinkt. Einfach raufkippen und dann könnt ihr da auch noch vorbeigucken. So, das ist mein Valka YouTube-Kanal, aber es geht nach Valka. Ich habe ja gar keine YouTube-Kanäle, wo ich Kaugen Abonnenten habe. So, Valka Geist mit meinem Küken YouTube-Kanal. So, mein Küken YouTube-Kanal. Auf diejenigen YouTube-Kanäle lage ich verschiedene Videos hoch. Da lage ich verschiedene Videos hoch. Hier gibt es kein genaues Thema. Google-Kanal heißt Fortnite GTA. Aber genaues Thema gibt es auf diejenigen Kanäle nicht. Hier lage ich verschiedene Videos hoch. Also, hier kann ich hochladen, was ich will, worauf ich Bock habe. Kann ich hier hochladen. Aber es geht ja auch in meinen Kanal-Infunk, oder? Ja, es geht in meinen Kanal-Infunk, dass ich hochladen kann, dass ich jetzt hier ein Video hochladen kann, dass ich jetzt hier jedes Mal ein Video hochlage, worauf ich Bock habe. Es geht in den Kanal-Infunk, und dann geht auch genau, wie eigentlich bin und alles. Und hier habe ich natürlich auch alles verlinkt. Instagram, alles verlinkt. Also, einfach raufkippen, und dann landet ihr bei Giga-Backform, wo ihr halt hinbeugt. Auf Instagram könnt ihr mir reiben, falls euer YouTube-Kanal nicht so gut läuft, wie mein YouTube-Kanal, dann greift mir einfach auf Instagram, und dann gucke ich mir euren YouTube-Kanal an, mache über euer YouTube-Kanal ein Video, und geart euch ein Video, was ihr bei eurem YouTube-Kanal verbechern könnt. Ihr habt richtig georgt. Ich helfe euch, dass euer YouTube-Kanal besser wird. Ihr seht, bei mir läuft. Ich habe geile YouTube-Kanäle, mit kaum Abonnenten. Liebe Freunde, bei mir läuft es. Wollt ihr auch, dass es bei euch läuft? Naja, gehen haut auf mich. Denn läuft es bei euch genau so gut, wie bei mir. Einfach auf Instagram mich angeiben. Mein Instagram habe ich bei alle YouTube-Kanäle verlinkt. Ich habe auch noch einen vierten YouTube-Kanal, aber da habe ich keine kaum Abonnenten. Aber die teile ich euch auch noch. So, das ist mein vierter YouTube-Kanal. Da habe ich noch keine kaum Abonnenten. Aber ihr seht, hier kommt vieles über Kickcock. Ja, ihr habt richtig georgt. Hier kommen viele Videos von Kickcock. Ja, hier kommen viele Videos von Kickcock halt. Ihr seht, das ist mein Kickcock-YouTube-Kanal. Da habe ich noch keine kaum Abonnenten. Da habe ich nur 200. Aber naja, liebe Freunde, ich gehe gerne in den Titel. Ich kenne euch da YouTube-Kanäle mit kaum Abonnenten. Deshalb habe ich meinen Bock gehalten, was in den Titel geht. So, und hier habe ich natürlich auch Instagram alles verlinkt. Und natürlich auch in Kanalinfo. Geht gerne, wie alt ich bin, macht ihr auf meinen Kanal von den Videos kommen. Geht alles in den Kanalinfo. So muss ein Kanal aufgebaut sein. Go wie meiner. Denn läuft es, Leute. Denn läuft es, kommt nicht. So, liebe Freunde, wenn ihr wie ihr gesagt, auch wollt, dass euer YouTube-Kanal gut läuft, geilt mich auf Instagram an. Alles in den Kanalinfo verlinkt. So, ich würde gerne bis zum nächsten Mal danke. Fussiukau. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.